Warum brauche ich eine Immobilienstrategie? Warum sollte ich strategisch investieren und warum sollte ich nicht einfach ein Haus oder eine Immobilie kaufen, die mir gefällt? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Immobilien-Startup-Podcasts. Heute geht es mir um etwas ganz Grundsätzliches. Ich möchte gerne die Sinnhaftigkeit zur Frage stellen. Eins vorweg, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und daher bin ich auch später im Arbeitsleben immer wieder mit Projektmanagement in Berührung gekommen. Alles was nachhaltig und nennen wir es optimiert und planbar zum Erfolg kommen soll, muss messbar sein. Messbar, planbar, strategisch. Doch lass mich die Frage nochmal wiederholen. Warum brauche ich eine Immobilienstrategie? Warum sollte ich strategisch investieren? Warum sollte ich nicht einfach ein Haus oder eine Immobilie kaufen, die mir gefällt? Klar, diese Fragen kann ich vollkommen verstehen. Alles was ich dir vorschlage hat jetzt mit Arbeit zu tun. Alles fordert sich auf zum Nachdenken, zum Recherchieren, zum Zeit- und Geldeinsetzen und erst dann zum Handeln. Unter uns. Es geht auf keinen Fall anders. Betrachten wir mal das Wort Strategie. Ich habe einfach mal mir das Wort Strategie ausgesucht und möchte dir jetzt hier mal die Bedeutung vorstellen. Strategie ist der genaue Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein militärisches, politisches, psychologisches, wirtschaftliches oder ähnliches Ziel zu erreichen. Indem man diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein einzukalkulieren versucht. Dann bietet Wikipedia noch das ein oder andere Synonym zum Thema Strategie, Berechnung, Diplomatie, Methode, Politik, Praktik, Taktik, Verfahrensweise, Vorgehen, Vorgehensweise oder bittungssprachlich Raffinesse. Die ganzen militärischen Bedeutungen erspare ich dir jetzt mal. Klar ist, aus diesem Kontext kommt das Wort Strategie ursprünglich. Man kann aber die Strategie auch im Kontext des Unternehmens sehen. In der Unternehmensplanung bzw. im strategischen Management sagt man, die Strategie wird definiert als die grundsätzliche langfristige Verhaltensweise, also eine Maßnahmenkombination der Unternehmung und relevante Teilbereiche gegenüber ihrer Umwelt. Zur Verwirklichung der langfristigen Ziele. Eine Strategie hat diverse Merkmale. Eine Strategie trifft Aussagen zu den folgenden vier Bereichen. Dem Tätigkeitsbereich, das heißt dem Ausmaß der Umweltbeziehung der Unternehmung, den Ressourcen der Unternehmung und den damit verbundenen Fähigkeiten, die strategischen Ziele zu erreichen. Den Wettbewerbsvorteilen der Unternehmung und der Synergie, die durch die strategischen Entscheidungen entstehen können. Zwei unterschiedliche Herangehensweisen mit dem fast deckungsgleichen Inhalt. Eins ist klar, Strategie bedeutet Ziele. Strategie bedeutet Zusammenarbeit bzw. Reflexion mit der Umgebung. Strategie bedeutet Wettbewerb. Strategie bedeutet Synergien. Für mich bedeutet Strategie vor allem eins, eine langfristige Planung. Immobilieninvestments sind langfristig, wenn nicht sogar langweilig. Es geht darum Geld zu verdienen oder eine Rente sich aufzubauen. Es geht darum Vermögen zu sichern. Es geht darum Rendite zu erwirtschaften oder im äußersten Fall sich zu verwirklichen. Und dabei spreche ich jetzt nicht nur angehende oder gestandene Architekten an. Mit einer Immobilie kann man seine Träume in die Realität umsetzen. Dass Immobilienstrategien bzw. Immobilieninvestments langfristig sind, sieht sogar das Finanzamt so. Das Finanzamt gibt eine Möglichkeit der Abschreibung auf Immobilieninvestments und zwar für ganze 50 Jahre. 2% im Jahr, klar gibt es Ausnahmen, da denke ich zum Beispiel an Denkmal, AFA, aber in der Regel sprechen wir von 50 Jahren. Also absolut langfristig. Wie kommst du jetzt zu deiner Strategie? Du musst im Vorfeld vor allem deine begrenzenden Faktoren kennen und auch für dich irgendwo notieren. Da geht es zum Beispiel um Eigenkapital, Budget bzw. den Rahmen bei der Bank. Also die Bank gibt dir auf deine Situation, auf deine Person, deine Historie, einen gewissen Rahmen, in dem sie dich finanzieren wird. Ein weiterer begrenzender Faktor ist die Zeit. Abhängig von deinem Lebensalter hast du noch eine gewisse Zeit. Und da denke ich vor allem an die Wohnbaurichtlinie. Du musst heute fast immer den Immobilienkredit in deiner Lebensarbeitszeit zurückzahlen. Wenn du also heute 60 bist, wird es schwierig einen Kredit zu bekommen. Hast du dir dein Ziel schon mal vor Augen geführt? Hast du dir dein Ziel notiert? Weißt du wo du hin willst? Weißt du was du dafür tun musst und welchen Weg du gehen solltest? Wenn du dein Ziel konsequent verfolgen möchtest, ist die Immobilie das Produkt, um dein Ziel zu erreichen. Die Vorgehensweise ist ziemlich klar. Leg dein Ziel fest, verfolge dieses, messe deine Entwicklung, messe deinen Weg und justiere gegebenenfalls nach. Diese ganze Herangehensweise, die ich jetzt hier präsentiere, klingt ziemlich nüchtern. Das ist die durchaus auch. Wobei ich natürlich der Meinung bin, dass die besten Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen werden. Wir treffen Entscheidungen aus dem Bauch heraus, begründen sie danach logisch, rational mit unserem Kopf. Je mehr wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, also alle Varianten abklopfen, versuchen in die Zukunft etwas zu schauen, Irritationen schon mal wahrzunehmen, auf gewisse Störfaktoren sich selbst eine Strategie zurechtlegen, die Störfaktoren zu kennen, all diese Dinge schaffen es, dass wir die Bauchentscheidung immer mehr perfektionieren. Und eine Bauchentscheidung gar nicht mehr als solche wahrgenommen wird, sondern schon durchaus überlegt kommt. Action-Tipp für heute ist, lege dein Ziel fest. Zum Beispiel möchtest du passives Einkommen dir generieren. Dass du irgendeinen Kostenfaktor, meinetwegen die Leasingrate vom Auto, deine Miete, deine Versicherungsgebühren, die du monatlich trägst. Egal welchen Kostenblock, du hast einen Kostenblock für dich herausgefunden und diesen möchtest du in Zukunft passiv erwirtschaften. Geh dabei wirklich Schritt für Schritt vor. Ein falscher Weg wäre sofort darüber nachzudenken, 5000, 6000, 7000 Euro im Monat durch Immobilieninvestments für dich als passives Einkommen zu generieren. Nein, tausche oder ersetze faktische Kosten Stück für Stück. Nimm dir einen kleinen Kostenblock, den du mit einer 2-Zimmer-3-Zimmer-Wohnung eliminierst und dann gehst du zum nächsten Schritt. Nimmst den nächstgrößeren Kostenblock, eliminierst diesen wieder und so kommst du Stück für Stück voran, bis zu deinem Ziel wirklich passiv so viel zu verdienen, dass du dein Erwerbsleben bzw. deine Zeit, die du aktuell in deine tägliche Arbeit reinsteckst, einfach reduzieren kannst. Wenn du einmal investiert hast und ein klares Ziel vor Augen hast, solltest du dir immer Gedanken machen, wie du deinen Fortschritt misst. Wie erfolgreich bist du auf dem Weg deiner Strategie, wie musst du diese verändern, um wirklich dein Ziel schnellstmöglich und konsequent zu erreichen. Die einzelnen Werkzeuge in deiner persönlichen Strategie stelle ich natürlich jetzt nachfolgend in den einzelnen Podcasts vor. Da denke ich zum Beispiel an die Cashflow-Immobilie, da denke ich an Bionhold, da denke ich an Flippen, Fix und Flip und so weiter und so fort. All das wirst du die nächsten Folgen zu hören bekommen. Für heute soll es dabei bleiben, dass du dir deine Strategie zurechtlegst, dir deine Ziele definierst, dir die ersten Kostenblöcke raussuchst, die du angehst und für dich das Ganze umrechnest. Was ist dafür zu tun? An dieser Stelle kann ich gerne noch eine Rechnung aufmachen, also rechne einfach zurück von hinten. Du hast im Monat 100 Euro Kosten, jetzt geh davon aus, mit deiner Immobilie erwirtschaftest du 2% nach Steuern, nach den ganzen Tilgungen, Zinsen, Rücklagen etc. 2% im Schnitt. Wie viel Invest musst du haben, damit du diese 100 Euro im Monat an Kosten decken kannst? Ein kleiner Tipp, es sind 60.000 Euro. Also für 60.000 Euro nach Abzug aller Kosten mit 2% Verzinsung, also Netto-Rendite, erwirtschaftest du diese 1.200 Euro im Jahr und deckst damit die Kosten von monatlich 100 Euro. So kann es losgehen, das wäre ja dein erster Start. So solltest du rangehen, rechne rückwärts. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Halte dir immer vor Augen, Immobilieninvestments sind langfristig, durchaus langweilig und führen nur mit konsequenter Umsetzung zum Offer. Damit du zu deinem Ziel gelangst, du deinen Erfolg feiern kannst, musst du wirklich strategisch vorgehen. Ich wünsche dir dabei alles, alles Gute. Für heute bin ich raus. Soweit zum Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit kannst du mehr über den Podcast erfahren auf der Facebook-Page. Hier liest du mehr zu den neuen Themen der Sendung, zu dem nächsten Interviewpartner. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Gerne auch mit Rezession. Vergiss bitte auch nicht, den Podcast weiterzuleiten und die alten Folgen auf der Homepage zu checken. Schön, dass du da warst. Auf bald, dir die besten Investments. Ich freue mich, dass du da warst.